Wer gerne spielt, kennt das wahrscheinlich. Wenn man auf maximale Bildqualität nicht verzichten kann und auch auf Bildverbesserung nicht, braucht man meistens eine stärkere Grafikkarte, als es Mittelklasse-Modelle leisten können. Vor allen Dingen, wenn es auch die WQHD-Auflösung sein soll. Und genau hier bietet sich als erste Karte in der Preisklasse dann die GTX 970 an und Gigabyte hat mit ihrer neuen Extreme Gaming-Serie da einige Karten neu aufgelegt. Neuer Kühler, mehr Takt und noch viele weitere Features. Und wir möchten uns im Test anschauen, was die Karte kann und ob die vielleicht sogar was für euren nächsten Gaming-PC ist. Die Gigabyte GeForce GTX 970 Extreme Gaming, die es aktuell dann bei uns im Laden geben wird, wird mit einem Preis von knappen 400 Euro eingeführt werden. Ist ein recht hohes Sümmchen dafür, bekommt ihr aber auch eine der schnellsten GTX 970 Grafikkarten, die es aktuell am Markt gibt. Ohne Wasserkühler, versteht sich. Denn wie ihr sehr schön erkennen könnt, setzt ihr hier auf den Windforce 3X Kühler, den hauseigenen Kühler von Gigabyte. Im Lieferumfang ist natürlich neben der Grafikkarte enthalten ein PC-Express 8-Adapter auf PC-Express 6-Pin-Stromstecker, falls euer älteres Netzteil vielleicht keinen 8-Pin-Stecker haben sollte. Zu erwähnen sei hier, die Grafikkarte benötigt zwei 8-Pin-Stromstecker, daher wären auch zwei dieser Adapter sehr cool gewesen. Auch mit dabei ist ein Aufkleber für euer Gehäuse, könnt ihr draufkleben oder auch nicht, ein Quickstart-Guide sowie eine Treiber-CD. Ob ihr das alles braucht, weiß ich nicht. Den aktuellsten Treiber solltet ihr euch lieber von der Nvidia-Webseite runterladen. Und auch das aktuelle Tool gibt es bei Gigabyte dann auf der Webseite. Da braucht ihr eigentlich auch diese CD nicht. Ist nur nett, wenn man vielleicht keinen Internetanschluss hat. Gigabyte erfindet natürlich das Rad nicht neu mit der Extreme Gaming GTX 970, sondern erweitert konsequent ihre bereits vorhandenen Karten. Dazu zählen zum einen natürlich, dass die Taktraten auf dieser Variante der GTX 970 noch einmal ordentlich nach oben geschraubt wurden. Der Chip taktet hier mit 1190 MHz. Im Boost sind es dann bis zu 1342 MHz laut dem Datenblatt. In echt sieht das Ganze natürlich noch etwas besser aus, denn die Karte taktet aufgrund ihres Windforster X-Kühlers, der deutlich leistungsfähiger als zum Beispiel ein Boxlüfter ist, noch einmal deutlich höher. Hat den Vorteil, ihr bekommt noch ein bisschen mehr Performance, als es auf dem Papier den Anschein hat und wirklich wärmer wird die Karte durch den Kühler dann auch nicht. Der Windforster X-Kühler, den Gigabyte verbaut, der setzt auf drei Lüfter mit einer schicken schwarzen Aluminiumabdeckung. Macht sich also auch im Gehäuse sehr gut. Auch sehr gut macht sich das neue Feature, was Gigabyte hier eingebaut hat mit der Extreme Gaming Series, denn ihr könnt den Kühler nun in RGB-Farben beleuchten. Das ist dieser Ring, den ihr jeweils hinter dem Lüfter seht. Den könnt ihr mit der OC-Guru-Software von Gigabyte ansteuern, welche Farbe ihr da haben möchtet. Und passend dazu leuchtet auch der Windforst-Schriftzug hier auf der Seite dann in der entsprechenden Farbe. Wenn ihr ein Sichtfenster im PC habt und das wollt, dass die Karte sehr schön zur Geltung kommt, dann seid ihr hier genau richtig. Ansonsten verfügt die Karte auch über einen Stop-Fan-Modus, nenne ich es einfach mal. Das wird euch hier an der Seite auch angezeigt, nämlich wenn das Stop hier leuchtet, heißt es, dass die Lüfter sich nicht drehen. Das ist der Fall, wenn wenig Last auf der Grafikkarte liegt und die somit auch nicht besonderlich heiß wird. Ansonsten auf der Rückseite hat Gigabyte eine sehr schicke Aluminium-Backplate für euch parat. Die stabilisiert nicht nur die Karte, sondern sorgt natürlich auch bei entsprechendem Sichtfenster im PC für eine sehr coole Optik. Vorne habt ihr dann die Möglichkeit euren Monitor anzuschließen mit 3x Displayport, 1x HDMI und 1x DVI. Und die Grafikkarte benötigt, wie von mir angesprochen, zwei 8-Pin-Stromstecker, dass sie richtig funktioniert. Leistungstechnisch bewegt sich die GeForce GTX 970 Extreme Gaming von Gigabyte natürlich meist deutlich über anderen GTX 970 Modellen, was an den sehr hohen Taktraten liegt. Bei der Lautstärke kann sie sich durchaus auch mit MSI Twinfrozer 5-Kühlerkarten messen. Sie ist zwar einen Tick lauter, ist aber nicht weiter dramatisch. Bei der Leistungsaufnahme muss natürlich in Kauf genommen werden, dass diese Karte etwas mehr Strom verbrät, als es andere tun, was an den hohen Taktraten liegt. Einen fetten Bonus bekommt die Karte allerdings für ihren Kühler, denn den könnt ihr wie gesagt in RGB-Farben beleuchten. Wem das nicht gefällt, der kann sich auch die normale Windforce-Variante kaufen, die das nicht unterstützt. Ansonsten für Leute mit Sichtfenster und die schon eine Beleuchtung im PC haben, eine durchaus sehr interessante Option. Wenn ihr jetzt allerdings einen Blick in unsere besten Listen werfen möchtet, weil ihr einfach nur kurz einen Blick haben wollt, hey, welche Grafikkarte ist denn die richtige für mich, dann werft doch da einfach einen Blick rein. Da gibt es schon viele verschiedene Modelle von uns getestet. Das gleiche gibt es auch für CPU-Kühler. Schaut auch dort rein, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Kühler. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonst etwas habt, schreibt es uns unter das Video. Und nicht zu vergessen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.